Ja, ihr seht schon. Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Cube 2. Der zweite Teil ist endlich da. Ich habe den ersten Teil damals gespielt, allerdings jetzt leider nicht auf YouTube, soweit ich mich erinnere. Aber ist auch kein Problem. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt hier mal ein Let's Play davon. Mal sehen, wie lange es dauert. Ich glaube nicht sehr lange und viel Spaß damit. Es ist auf jeden Fall diesmal mit mehr Story und mehr Dialogen und Pipapo. Nein, nein, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Help! Oxygen systems, effektive. Loading User Interface. Hey Mel, let me know if you're still good for our call tonight. Can't wait to hear about what you've uncovered today. Poppy says hi. Speak tonight. Love you. Rob. What the hell? Anyone? Anyone? Help me. Please? Please? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. I'm picking up your signal. I repeat, I am reading you clearly. Please, I don't know what's happened, but I need help. Try and remain calm. Your systems are slightly damaged. I can't identify what your rank was either. Looks like you're suffering from cryogenic-induced amnesia. What? What are you talking about? You must have been part of Vitruvius, tasked with destroying the cube. Damn. The escape pods must have brought us both back to the origin planet. That life suit you're wearing, you can manipulate the cubic structures with it. We used the same design to destroy an extraterrestrial object that was on a collision course with Earth. You may not remember, but if you listen to me and do as I say, we may actually make it back home. Do you understand me? I don't know what the hell is going on, but just tell me what I need to do. Okay, I've detected a human distress beacon coming from the peak of the structure you're in. Your signal is weak because of this blasted sandstorm. I can't log onto you. That beacon is above the storm. If you can just make it there, you should be clear. If you rendezvous with any other survivors, I should be able to use my teleporter to extract us all and get home. Right. Okay, I think I can do that. Wow, voll interessant, oder? Also, wenn ihr den ersten Teil kennt, ist es jetzt schon ein paar Jahre her. Ich glaube, der ist bestimmt schon fünf Jahre alt, der erste oder fünf oder sechs Jahre. Und das war so ein Rätselspiel, also ein ganz, ganz besonderes Rätselspiel. Man hatte diese Handschuhe und musste damit die Würfel manipulieren. Und jetzt haben wir hier endlich den zweiten Teil. Und ich würde sagen, am besten schaut euch entweder mal irgendwas dazu an zum ersten oder... ...und die Struktur вокруг you. Ihr sollt hier einfach zu und macht euch selbst ein Bild, weil im Prinzip ist es wie der erste Teil, nur ein bisschen ausgeklügelter. Ah, ich mag die Spiegelung in hier. Und es hat Sprachausgabe. Also ich meine, es hatte vorher, glaube ich, auch eine Story. Ihr habt es ja gehört, dieses Gerät, was auf die Erde zuflog. Dieser, dieser Komet. Wow! Hier ist alles seltsam. Ja, ihr habt es gehört, sie hat alleine eine Amnesie, also Millie, die wir hier spielen, Emilia. Und vielleicht ist es auch eine Zeit, was rauszufinden. Oh, guck mal, hier können wir die Würfel rausziehen. Oh, scheiß. So. Und damit haben wir uns eine Treppe gebaut. Also es ist ja jetzt... Wie soll ich sagen? Ich habe jetzt schon gut eine Woche lang anspielen können, habe es aber natürlich nicht gemacht. Ich habe da die ersten Räumchen hier. Man sieht, ich bin da sehr routiniert. Aber ich mag Rätselspiele. Ich habe damals auch gerne Portal gespielt und ich würde es echt super cool finden, wenn ihr dabei seid. Und ja, jetzt schon mal Dank an alle, die auch weiterhin zuschauen werden. Oder denen jetzt schon was einfällt. Oh, vielleicht, was man schreiben kann. Oder vielleicht... Habt ihr den ersten Teil gespielt? Ich weiß nicht. Wirklich, schreibt es mir in die Comments, wird es nicht interessieren. Und ansonsten finde ich den Arztteil auch super gut. Ich habe etwas gefunden. Oh, es ist noch kein Signal. Alles super würflig. Ich mag ja Würfel. Extrude Funktion. Code-Colored Red Enable. Recommended Action. Place Red Cube on White Panel. Was? Warum würden die hier sein? Und jetzt kommen langsam die ganzen Features dazu. Jetzt können wir nämlich schon Rot und Blau. Das ist hervorragend. Also ich finde, es ist ein super tolles Rätselspiel. Entschuldigt, wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen durchrenne, aber... Wie gesagt, die ersten Räupe kenne ich schon. Und ich finde es grandios, dass es hier eine Story zu gibt. Wie gesagt, im ersten bin ich eigentlich der Meinung, gab es jetzt nicht so viel, was dazu gesagt wurde. Es gab halt so eine Hintergrund-Story, aber das war auch nicht wichtig. Die Rätsel waren recht ausgeklügelt. Manchmal ein bisschen fummelig, fand ich leider. Gerade wenn man Würfel frei bewegen konnte. Ich bin mal gespannt, wie sie es hier gelöst haben. Und hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es dann wieder so frei bewegbar ist alles. Aber es hat ja auch so ein bisschen was von Portal aktuell. Ich meine, die Frau, die sich gemeldet hat, wer weiß, ob die es wirklich gut meint. Vielleicht ist es ja sowas wie GLaDOS, so eine KI. Und was war das für ein Planet, auf dem wir gelandet sind? Ja. Alles sind Fragen, die wir hoffentlich beantwortet bekommen. Die Regeln. Ja, es gibt so eine Art Aufzug. Das ist auch sehr geil gemacht. Also ich sage, die ganzen Elemente, die bringen sich hier wunderbar ein. Und es wirkt alles wie so eine große Testkammer. Aber warum macht jemand sowas? Wer hat so viel Langeweile, dass man so eine Testkammer entwickelt, als wäre man so ein kleines Laboräffchen. So, das ist jetzt quasi Speedrun, was ich mache. Aber wie gesagt, ich kenne die ersten Räume schon. Deswegen will ich euch da nicht groß die B4 machen. Ich wüsste nicht, was hier zu tun ist. Das ist Quatsch. Man kann übrigens immer nur einen Block der Farbe. Can you hear me? Emma. Ich leide dich laut und klar. Wie geht's? Ich glaube, ich glaube. Gut. Listen, ich wollte mich fragen, was du erinnerst, bevor du wachst? Ich glaube, nicht wirklich. Ich glaube, ich war ein Job, ein DIG-Site in Schottland. Ich war in einem Helikopter mit meinem Team. Und du nicht erinnerst, was passiert? Nein, ich glaube nicht. Du hast mich interrogiert, Emma? Weil es sicherlich fühlt sich so an. Emma? Ich liebe den Akzent übrigens auch. Das ist so toll. Oh, vergessen. Oh. Nicht mehr lange. Also Kapitel 2 habe ich, glaube ich, noch ein bisschen... Oh, das reicht nicht. Ah, jetzt weiß ich. Achtung, pass auf. Aufzug. So geht's. Das ist schon clever, oder? Die ganzen Rätsel sind ziemlich einleuchtend. Das ist alles Logik. Mit den Mitteln, die man hat, kommt man sehr gut zurecht. Das fand ich halt teilweise bei Portal manchmal etwas doof, weil es war... Ja gut, klar. Es ist super designt, absolut. Nur manchmal wusste man halt nicht genau, wie mache ich das jetzt. Und hier ist alles so richtig schön systematisch, weil... Man kann zum Beispiel die Blöcke nicht irgendwo random, wo man will hin platzieren, sondern immer nur in den weißen Flächen. Wie das später wird, weiß ich nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht bleibt es ja so. Und es wird dann nur immer anspruchsvoller, oder es geht auch nicht besonders lang, das Spiel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es das ganze... Oh, Haus der Blätter. Ich glaube hier, da habe ich bald aufgehört. Kapitel 3, ja. Das ist wohl nicht besonders lang, wenn man darüber nachdenkt. Oh, jetzt kann ich hier die Würfel rausziehen. Interessant. Es ist wie, die Struktur selbst kann duplikieren und werden. Das war gut, ne? So, jetzt kann ich das wieder als Sprung nehmen. Super gut. Ich glaube aber jetzt hier wird es gleich blind, weil... Ich meine, hier hätte ich aufgehört. Na gut, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr denkt, ich mache jetzt hier so eine Art Speedrun. Die Story kriegt ja sowieso mit. Okay, warte mal. Ne, das kenne ich jetzt wirklich nicht mehr. In der Tat. Da vielleicht? Oh, ich kann es gar nicht mehr. Alles klar. Und jetzt? Ne, warte mal. Das ist falsch. Ah. Okay, warte. Oh nein. Das war falsch. Dann mache ich das nochmal so. Das ist cool. Okay. Jetzt kann ich wahrscheinlich hier mit... Ah, es ist doch ohne den grünen Block wäre es zu schwer gewesen. Mit dem grünen Block komme ich hier ganz einfach hoch. Super cool. Oh, was ist jetzt? Das ist neu. Vielleicht so. Oh. Ah, das sprengt das auf. Also, das sollst du aufdrücken. Alles klaro. Hab schon kapiert. Jawoll. Okay, jetzt da rüber. Da hoch. Ah, ne. Und jetzt? Warte mal. Was mache ich jetzt hier? Ich muss hier... Da rauf, mutte ich mal. Ah, okay. Das war's schon. Warte nur den grünen Block hier. Aber ich dachte, ich muss jetzt ganz fancy irgendwie da rumschießen hin und her und... Na gut. Wow. Das ist so cool. Ist ja auch sowas. Oh, das sieht irgendwie ein bisschen unheimlich aus. Ist ja eigentlich auch Sammelgegenstände, frage ich mich gerade. Irgendjemand so was verstecktes. Scheint nicht der Fall. Oh. Emma, kannst du mir lesen? Ich lesen dich. Bist du alles klar? Das ist so cool. Das sieht nicht so ausgleichbar aus. Die Struktur des Spaces, die Organisation des Spaces, sieht so ausgleichbar aus. Das erinnert mich an meinen Schwester. In welchem Weg? Oh, er arbeitet mit Planten. Du solltest weitergehen, Millie, bevor ein anderer Sturm kommt. Verstanden. Ich spreche bald. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wahrscheinlich wieder nächstes Kapitel. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht, aber ich will jetzt ehrlich gesagt nicht so durchrushen. Nun ja, ihr solltet ja auch ein bisschen was von haben. Ich natürlich auch. Haben wir schon das nächste? Oh, in der Übertragung verloren. Kapitel 4. Das erste übrigens Welten auseinanderfartig. Das heißt, walls divided. Ich weiß nicht, ob man es so übersetzen kann. Na gut, Leute, das soll es mal gewesen sein für den ersten Part von Cube 2. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Und schreibt mir noch einen netten Kommentar. Wir sehen uns wieder zu diesem Spiel. Vortrefflich. Ich mag Rätselspiele. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.